worauf wartest du und damit willkommen zurück zu spiderman foff vielleicht der letzten folge ihr lebt es an der videolänge oder folgentitel wenn es die letzte folge ist dann geht es auf jeden fall länger als 25 minuten wir werden es einfach sehen wo wir damals 20 minuten sind dass man mal ja jetzt wenn man seine bonus lachen angucken ist da oben schon mal eine halbe stunde hat mir gerade schon gemacht und eigentlich so kommt gar nicht mehr aber ist ein leber schaden lieber fahren nicht die familie er es nervt immer noch wenn er einfach was anderes anbietet ich hab auf dich geworfen sorry sorry but not sorry sehr gut im moment habe ich noch eine kombo stufe als du weil du böser wirst wahrscheinlich wirklich ich bin schon immer böse aber egal also okay okay ich dachte wir wären jetzt die tür gekommen okay alles klar wie das das ding das hier obst kaputt machen machen obstkuchen draus schade haben wir einen kompetenz in den chat die würden mich ja meinen kompetenz ich bin schon einmal tot oh nein zweimal einmal tot meins so wie geht es dir ich bin schon sehr bösartig aus dass wir alle einheitlich gefärbt ist doch schön so bekannterweise die farbe des bösen nein spaß schwarz ist nämlich keine farbe naja kommt drauf an schwarz reflektiert hat alles ne reflektiert gar nichts so war das schwarz reflektiert gar nichts also schwarz enthält schwarz jede farbe so hallo leute hallo so schwarz so schwarz und das so schwarz es war cool sagt er als er Eiswasser unterfragen so schwarz magerett hallo so schwarz oder schuss ich mag mal hier einfach ein spaß auf werfen ist einfach weg punkt nein okay doch nicht letzte folge wir haben leider keinen power abgekauft oder so machen machen wir dann auch mein level behalten sehr gut was macht das schrei wie groß sind ein ding unbesiegbarkeit regelt und b angriff totgeschrien sehr gut noch mal zwei am besten so schuss der wende noch mehr gegner noch mehr gegner für noch ein tsunami in nepal marti wird ungefähr die gleiche ecke ja äh syrien und siberien meine ich auch nicht ganz fast das gleiche wie ich auch irgendwie rise of the tomb raider irgendwo hier so vielleicht irgendwo im schnee rise of the tomb raider ja doch ja stimmt ja das intro fängt da an auf jeden fall das habe ich ja damals noch gespielt so mal shadow of the tomb raider colossus spielen tomb raider of the shadow oh jetzt noch was zu werfen ganz viel geld können wir erstmal ausgeben für wir können sich einfach tränke kaufen jetzt brauchen wir die ja weg damit und das ende verfahren ist glaube ich auch sehr gut wir kaufen uns gleich ein neues geht schneller ja vielleicht kommt es gleich danach ganz starke gegner ja 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 ok es war dumm egal soll ja spannend bleiben das uns und wir haben haben nicht noch sind drei aber kann ich den wegschutz hallo dass man mit auch nicht so vergewaltigen ich möchte das nicht so weg mit dir ich habe schneller zwei stücke geht als du ein ich habe zwei getötet gerade noch kein level ende auch nicht die letzte folge tot ist gerade einer gestorben übrigens hintergrund so viel aus wenn wir eine bombe behalten hier ist das legal da kommen die leute schon an das war eine große schön und hat den kauter verloren das verstehe ich bin schon nicht er ist gestorben auch jemand gestorben aber er schaltet vom klingeln auch nicht aber er hat vom klingeln noch jemand schmeißt weg weg mit dir sehr gut sehr gut hat er gut geklappt nicht sterben ist wie ein baum ja aber nicht das was ich wollte tolle brücke das ist ein bergarbeiter schade was bringt das zu spartes weiter aus dass du böse wirst oder nichts was ist das zu spartes weiter aus na toll tschüss wieder weiter grinden tot keine rätsel mehr lange mehr gehabt gucken wir mal was ein oh weg ist da noch irgendwas ok schlüssel ok ist immer noch eine bombe ok ich habe direkt gewartet ja schade läuft sogar direkt unten sehr wild vor speedrun taktik hier ich würde eigentlich mitnehmen ich würde mit A springen Klassiker nachher kreis springen ich freue mich ja ich will mal mit dem 4 springen ja stimmt es wird auf jeden fall nicht die letzte folge so dass wir uns eigentlich rechtlicher aber wir werden sehen hallo btm im final hab gar nichts gemacht weg und mach kaputt ich bin sauerhaftig mal anschreien da kommen die großen natürlich ich mach mein klassischen trick an der stelle einfach wegschubsen geklappt hier ist alles was geändert haben das beeinflusst ja ich bin der weg will in der wohnen entropie hallo weg weg mit dir sehr gut oder überlebt hallo jetzt bin ich weg mit dir der andere ist noch nicht mehr tot wo bin ich oder bin ich jetzt der andere tot der andere bin ich wer bin ich ich bin bei einem sehen alle gleich aus oder du hast nicht das machen ich habe hier sicher sein und eben höhe wahrscheinlich nicht so weg mit dir trottel kann er denn gar nichts richtig machen zeit zu gehen endlich ok nicht letzte folge ne ne das ist ok seite schon auf unserem discord server ich hoffe ok einkaufen wenn ich discord.td slash guckt auf twitter in seine beschreibung kauf mal ein paar inventar ding also vor allem dieses blaue einmal wahrscheinlich kommt es direkt am level anfang aber falsch haha naja 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 Glaub mir, mein Spinnensinn klingelt. Ja, ich glaube, wir wissen, was wir jetzt tun, ne, mhm, flichten, genau, in den Himmel, also du flüchtest, stimmt halt, echt, ich bin hier ein schwarzes Spider-Man, ich warte nochmal mit einem schwarzen Spider-Man zu sein, oh Gott, so, hat er wieder durchgespielt? Ja, genau, da kommt mein Boss direkt, sonst gibt es drei von diesen Sceptern, von diesen Plugs, oh, weg mit euch. Sollen wir den neuen Eingriff hier testen? Ja, halt echt, oh, schön, oh, da ist immer nur der Gist noch hinterher da. Zwei Wege, ist ja wild. Und zu, dachte ich mir. Wow, dass wir für einen Grund haben, zurückzugehen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Panik? Die Gegner rausschupsen? Oh, das ist jetzt die Nahn. Oh, das ist jetzt die Nahn. Oh, das ist jetzt die Nahn. La la la. So. Oh, gut, dass es bald vorbei ist. Ne, macht schon Spaß. Auch ein schönes Projekt, schön kurzweilig für uns. Für euch nicht. War ja auch für euch drei Wochen. Alleine hätte ich es glaube ich nicht so spannend gefunden. Was? Alleine hätte ich es nicht so gut gefunden. Ja, tatsächlich. Schon ein bisschen sehr repetitiv. Ich hoffe das ist ein Grund für euch gewesen das anzuschauen. Weil zwei Leute, die ihr nicht mögt, dass sie geguckt haben. Da will ich da rein springen. Oh. Oh ne, hier ruft. Es ist der gleiche Raum, okay. Krass. Okay, es ist der gleiche Raum. Die auch genau gleichzeitig umgedreht sind. Oh, cool. Ja. Da kriegen wir das für das Durchspiel nochmal, weiß ich nicht. Trophäe. 20.000 Dollar. Da können wir ja keine Harry bezahlen. Harry bezahlen. Können wir unsere Miete zahlen. Rennt. Rennt. Machst du auch Megafahren jetzt schon alleine? Stimmt. Ja. Irre. Irre halt echt. Irre lang ist ein Cock. Mit dem man die ganze Zeit auspeitscht. Ich bin nicht Vanim. Das mir das im ersten Mal passiert, wenn ich auf dich geschuckt habe. Hallo. Oh. Oh. Was hast du so viel? Ich bin lebe direkt. EGF. Ich sag' ich tot ist auch. Oh. 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 Challestival voll. Sehr gut. Stop. Was ist ein Schalter? Ist das ein Rätsel? Okay, da geht's weiter. Das ist kein Rätsel. Ach, Rätsel, ey. Da sind die Rätsel, da sind die drei wie McGaur ungefähr. Hier kommt jetzt bestimmt ein Gegner und der will uns töten. Nee, okay, dann wird nicht. Ist das ne Falle? Oh. Oh, okay, das ist dann wahrscheinlich gleich der Boss. Schade, wir haben kein Leben. Aber es werden ja aufgeladen, wenn der Boss startet. Ja, dann könnt ihr es doch mal aufhören hier. Stimmt, Folge beenden, ja. Dann beenden wir die Folge. Und beim nächsten Mal... Ihr habt jetzt 5 Minuten Folge. Nein. Das ist das nächste Mal und tschau. Puh. Puh. Bleh.